Der ultimative Tampon-Test. Du benötigst ein leeres Glas, gelbe, grüne oder blaue Lebensmittelfarbe. Dann ein Becher mit Wasser, einen Löffel in der passenden Größe, einen wasserfesten Edding, ein Tampon, hier OB. Als erstes gehst du die Lebensmittelfarbe deiner Wahl. Hier ist es grün, in das Glas. Danach gibst du das Wasser dazu und rührst alles kräftig um. Als nächstes nimmst du den Tampon, öffnest ihn und legst die Verpackung beiseite. Dann nimmst du den Edding und malst ein Smiley auf den Tampon. Danach ziehst du die Schnur und steckst den Tampon in das Glas vor Lebensmittelfarbe. Nach 30 Sekunden einwirken lassen, nimmst du den Tampon wieder raus. Und hier ist der Beweis, dass Tampons auch Gesichter haben können. Das war der ultimative Tampon-Test. Ich finde den Tampon in der Tampon aus.